Weil das Bild so mustergültig gerade ist, habe ich mir gedacht, ich mache nochmal ein Chart-Video. Zum Beispiel zum DAX und zum Dow Jones. Da gibt es nämlich ein bisschen was zu gucken. Zum einen ist es so, dass wir relativ zügig nach oben gegangen sind. Sowohl im übergeordneten hier der Monat Juni war bis jetzt gar nicht so schlecht, wie wir hier sehen. Und auch das hintere Bild sieht ganz toll aus hier im 5-Minuten-Chart. Wenn wir uns das aktuelle Bild von heute angucken, schöne Bewegung nach oben. Aktuell kommt der Markt so ein bisschen hier dezent nach unten. Das ist definitiv nicht Druck auf der Verkaufsseite, sondern ist eigentlich eine schöne Verschnaufpause. Und würde dafür sprechen, dass es eigentlich nochmal nach oben geht. Ob das jetzt sofort geht, ist nochmal dahingestellt. Klassisch wäre auch, dass wir hier die Unterseite des Trendkanals nochmal erreichen. Das muss nicht sein, kann sein. Aber dafür spricht zumindest mal viel, dass das, was wir bis dahin sehen, aktuell zumindest mal nicht wirklich die Verkäuferseite ist. Wie geht man damit um? Na, wenn jetzt der Markt wieder Schub entwickelt, das kann natürlich an so einer Unterseite hier passieren. Also so eine Marke kann man gerne mal im Hinterkopf halten. Das kann man auch natürlich noch mit weiteren Levels hier garnieren. Ich will das gerne mal machen, zum Beispiel mit Retracements, wenn da irgendwie was auf ähnlicher Höhe liegt. Mit Extension-Marken. Möglicherweise findet man hier dann sowas wie Cluster. Das heißt, dass mehrere Marken auf einer Höhe sind. Das wäre zumindest mal ein ganz gutes Indiz dann, dass man auf einem bestimmten Niveau entweder eine Unterstützung findet oder zumindest mal einen Dreh erwarten kann. So, und jetzt haben wir hier ein wunderschönes Beispiel dafür, dass das nicht hübsch ist. Zumindest mal aus meiner Sicht sind hier nicht diese typischen Clusterbildungen. Und ich zeige das deshalb, weil ich möchte, dass es nicht immer nur toll aussieht. Denn oftmals sitzt man dann selber dran und sagt, mir sieht das meistens gar nicht so toll aus. In diesem Fall sieht das beim DAX nämlich nicht toll aus. Wir haben kein einzelnes Niveau hier, wo der Markt eigentlich eine echt beinharte Unterstützung hat und dementsprechend drehen sollte. Das kommt durchaus häufig vor. Bedeutet also, dass wir auf der Unterseite jetzt nicht im vorauseilenden Gehorsam zwingend an einer Marke jetzt auf die Kaufseite wechseln sollten. Ich kann mir zwar vorstellen, dass ungefähr hier auf dieser Höhe ungefähr knapp unter der 12.140 hier eine Unterstützung irgendwie mal kommt. Aber das werden wir wohl abwarten müssen. Umgekehrt allerdings, wenn der Kurs sich dann wieder nach oben entwickelt und dann irgendwelche Zwischenhochs rausnimmt. Sowas zum Beispiel jetzt hier. Das kann auf einer kleineren Ebene hier nachher auch noch hier vielleicht auf dem Zwischentief hier sein. Entschuldigung, Zwischenhoch natürlich hier sein. Und dann hätte man die Möglichkeit hier gegebenenfalls die Long-Richtung nochmal zu fahren. Wie passt das Ganze auf den amerikanischen Markt? Da wechseln wir mal auf den Dow Jones. Auch hier natürlich einerseits wunderschön zu sehen im Großen die Juni-Rallye bisher. Allerdings die aktuell korrektive Rücksetzer-Geschichte, die wir da haben. Aber auch hier, wenn wir das hintere Ende hier angucken, im zum Beispiel 5-Minuten-Chart, dann sehen wir, dass wir hier ebenfalls eher bullisch hier auf der steilen Seite unterwegs sind. Während bärische Bewegungen dann doch eher korrektiv, wenn man es hier ein bisschen schick macht, kann das hier erahnen. Also da sieht man den Unterschied. Jetzt haben wir im kleinen Bild hier einen kleinen Unterschied und sogar noch falsch gezeichnet hier einen kleinen Unterschied. Nämlich hier sind wir jetzt steil unterwegs, was durchaus untermauert, dass wir hier vielleicht noch einen Schub nach unten eben machen. Und dann eben ähnlich wie wir das beim DAX haben, die nächste Aufwärtsrichtung haben, was auch durchaus in das übergeordnete Bild nachher passen würde. Entsprechend hier ebenfalls so ein Zwischenniveau, vorausgesetzt, wir kommen hier nochmal tiefer als eine Art Long Trigger. Allerdings kann man auch hier natürlich gucken, ich mache mal hier alles nochmal weg, ob wir irgendwelche Unterstützungslevels haben, die sich besonders anbieten. Die Fibonacci ist hier 50er Marke beispielsweise, ist ja nur eine. Das können wir natürlich noch erweitern durch Extension-Marken beispielsweise. Das werden wir vielleicht später noch erweitern können, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Struktur haben, durch quasi gleiche Längen, die sich dann hier nochmal ergeben, je nachdem, wo das denn hinkommt. Wenn das hier einigermaßen so hoch ist, dass das hier gleich lang wird, dann hätten wir da möglicherweise eine echte Unterstützung. Also hier sehen wir, sieht das mit der Clusterbildung zumindest mal besser aus. Das brauchen wir nicht mehr, da war der Kurs ja schon die nächste Marke, die wäre ungefähr beim Dow Jones Future jetzt gemessen, als Basis für alles 26.020 in etwa. Und dann hätten wir noch ein bisschen tiefer eine bei 25.990, so ganz grob gerechnet. Da kann man nochmal genau hingucken. Also insgesamt immer noch gar nicht so schlecht aussehend. Kurzfristig wohl eher die Short-Seite. Das sehen wir hier an diesem relativ steilen Abwärtsarm für diejenigen, die heute Nachmittag noch aktiv sind. Vielleicht die Short-Seite bevorzugen, aufwärts ja relativ harmlos. Das geht runter bis auf Minutenbasis, kann man solche Sachen schön sehen. Hier Schub runter, A, B, C nach oben. Da kann man vielleicht sogar im Nahkampf-Chart hier auf sowas nochmal auf der Short-Seite reagieren. Oder wenn er eben noch ein bisschen wackelt, kann man das dann auf die jeweils nächste Zwischentiefmarke dann nachziehen. Also wir sehen, das ist auf ganz vielen Zeitebenen grundsätzlich einsetzbar. Sowohl Minute, fünf Minuten haben wir einmal geguckt. Das Bild insgesamt noch nicht wirklich bärisch, auch auf vier Stunden Basis. Also übergeordnet hätten wir auch nochmal Chancen, dass es sich hier ein bisschen fortsetzt. Gucken wir mal, was der Markt draus macht. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie was mit anfangen können, dass Sie die richtigen Bewegungen umsetzen und dementsprechend auch Freude am Markt haben. In diesem Sinne alles Gute, bis zum nächsten Mal.